Grüß Gott Frau Kechle Grüß Gott Frau Peter Neulich hat mich mein Enkel angerufen Irgendwann war das hier nicht Das hab ich auch nicht gewiesen, aber das hat er mir am Telefon erklärt So, und das glauben Sie? Ja nein, nein, der Frau Kechle, der hat ja immer Oma gesagt Was hat doch wehle Frau Peter? Dass wir uns mal beim Tesla-Händler treffen, denn ich soll immer ein Spaten noch wegbringen Und, 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 und Und Sie sind auch gerne Ja, ja, neulich hat er was falsch verstanden, ich hatte Tesa Ja, verstanden? Ja, ich meinte, der schafft beim Filmen Und, 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 und Und, 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 und... Also, wir això starten von hier und gucken they're started auf den Sch struggle